Was passiert, wenn man die Max-Schach-Königin in die Rathaus-12-Kanonen reinsetzt? Ich kann's euch zeigen, die ist schon ordentlich am Schießen, die Kanonen natürlich super stark. Oh, sie ist kurz, war knapp, aber natürlich wird sie dann noch gezündet und kümmert sich um alle Kanonen. Aber jetzt, passt mal auf, was wir machen, passt auf, passt auf, passt auf, jetzt Max-Kanonen. Und die Königin wieder am Start, wird sie es schaffen oder wird sie es nicht schaffen? Oh, wie die draufschießen, unfassbar. Königin gezündet, die kleinen Bogies helfen mit und, 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 und. Und es sind noch zwei Kanonen übrig, noch eine Kanone übrig und, geschafft. Aber jetzt haben wir Bauhütten mit dabei, die reparieren dann natürlich noch die Kanonen und helfen noch natürlich. Oh, die schießen mit und, oh mein Gott. Gezündet und sofort kaputt. Welches Gebäude als nächstes?